Hallo meine lieben Gamperfreunde, wir spielen heute eine Runde Doom und zwar nicht die Vollversion, sondern die Demo. Dann würde ich sagen, quatsch mal gar nicht lange rum und starten die Kampagne. Yo, los, gibts mir. Würde ich sagen, nimm mal die Mittelstufe, weil wir sind ja alles Pro-Gamer, ne? Du schreitest evig durch die Schattenreiche, kämpfst gegen das Böse, wo andere versagen. Möge dein Durst nach Rache nie versiegen, möge das Blut auf dem Schwert niemals trocknen und mögen wir dich nie wieder brauchen. Korrex, Eintrag, 7 Uhr, 17. 94%, 95%. Drücke X. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du, du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbreit ist. Oh ja. Ja. Jetzt zerfetzen sie. Oh. Das wird, gibts ihm. Wohl. Und da geht's auch direkt schon los hier mit der Action. Du, 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 du. Äh, wo lebt man nach? Puff. Ha, brauchen wir nicht, ne? Weiter geht's, weiter, komm. Äh, okay. Okay, okay. Drücke R3. Easy. Hallo? Wer bist du denn? Ich hab leider kein Geld dabei, sonst... würde ich euch mal einen Euro hinschmeißen. Was wir aber direkt ändern. Äh... Am Spiel... Kann man da nicht irgendwie... Ich würde gerne... Umsekletzung. Nein, ich will nicht mit L2 und R2 schießen. Auch egal. Okay, Leute. Komm, ich bin mal weg hier. Das wird mir hier ein bisschen... Zu sadistisch. Na, Bruder? Komm. Ja, schicker Helm. Und auf damit. Ich schätze, wir fahren jetzt, äh... Kein Motorrad. Kalibrierung beendet. Dämonen-Invasion im Gange. Statusbericht, Status-Scan. Scan unvollständig. Fehler melden. Verlust in der Basis. Stationsschäden. Bedrohungsstufe. Ursprung des Angriffs. Offline. Kein Signal. Die Ursache für die Dämonen-Invasion kann insbestimmt werden, wenn der Rest-Op-Satellit wieder online ist. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin beschert dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide vernetzen. Ja, die geht scheiß drauf, ne? Lone Hero. Siegst du einem Dämonen-Schaden zu bitte benommen, was dadurch eine blaue Markierung angezeigt wird. Wege dich in hier heran und drücke R3, wenn die Markierung orange spielt, um einen Glory-Kill auszuführen. Du kannst Dämonen aus verschiedenen Winkeln angreifen. Auch von oben... ... 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 Okay. Jawohl. Oh! Da war ja noch einer. Jawohl, Digga! Weg damit, ey! 3 auf einmal töten? Oh! Jetzt... Jetzt wird einfach aufgeräumt hier, Digga! Okay, Kasson died. Haben wir schon voll. Oh, jetzt gibt's. Schrotflinte. Ja, ich bin zwar nicht so der Fan von Schrotflinten, aber komm. Gut, gut, gut. Hallo. Jo, der war doch easy. Oh. Und bomb, Digga, rein damit. Boom, Allah. Boah, jetzt haben wir Munition aufgesammelt. Was ist denn das? Schönes Herz rausgerissen. Yeah. Oh, nee. Oh. War eigentlich auch springen oder sowas. Ja, springen geht. Peace, Digga. Okay, den kann man anscheinend nicht so einen Spezialangriff. Wenig Munition, das ist nicht gut. Oh. Scheiße. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni. Ah, hier liegt Muni. Sehr schön. Was los? Was los? Was? Was lan? Was lan? Was ist los lan? Jetzt haben wir mal sch- Ah, hier gibt's auch Explosive-Kisten. Das ist natürlich sehr nice. Wohl, Alter. In die Fresse rein hier. Mit dem Knie mit. Mit dem Knie direkt in die Fresse rein. So. Ich meine, das wär's im gröbsten jetzt gewesen. Komm der her. Ach. Hey, Bruder. Ha ha. Jawoll, Alter. Nice. Nice move, Digga. So. Sind wir fertig jetzt. Nice. Okay, jetzt kann man, äh... Weiter laufen. Hoffe ich mal. So, weiter geht's. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Er würde alles ruinieren. Okay, okay, okay. Wir halten schon auf. Macht aber keine Sorgen hier. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten Jahr und 20 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihm ergänzt. Auch schlusslich auf der Antrieb haben, der Menschheit eine bessere Zukunft in mir zu dachten. Geile Mucke, Alter. Batista. ID. Du. Sag mir jetzt bitte nicht, dass die... rein ins Getümmel. Äh, gut. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal einfach mal weiter. Aufprallschutz. Dankeschön. Ich bin, glaube ich, das ist blöd für solche Spiele. Laufen wir einfach mal weiter, weil... Was haben wir hier? Keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mal mit. Oh! Und da kommen schon die nächsten Spiel, Freunde. Keine Ahnung, da gibt es leider keine. Hey! So, nicht. Boah. Schnell weg hier. Ist nicht hier oben. Wenig Gesundheit, das... Äh... Ändern wir gleich mal. Ich höre überall Geräusche, Mann. Oh, fuck. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Fuck, Mann. Ja, hier ist Moni. Kein Problem. Och, jo. Ich laufe einfach mal, wie ihr vorwisst. Durch die Passagen hier. Ah, Junge. Du bist wohl nicht so... Schöne Reihen in die Fresse, ey. Moni, 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 kann man immer gut gebrauchen. Eigentlich besteht das Spiel nur aus Dämonen abschlachten. Wem es gefällt, also... Ich glaube, ich würde mir es jetzt nicht unbedingt kaufen. Somal ich nicht verstehen kann, warum die meisten... Äh, die Steuerung immer auf L2, R2 machen für das Zielen und Schießen. Das ist... Gar nicht so meins. Ich komme damit irgendwie nicht so klar, wie man sieht. So, Junge. Jetzt komme ich dir aber hoch hier auf die... Steige ich dir aufs Dach? Oder auch nicht? Komm, was ist los, hä? Zack, Arm ab, Kopf ab, alles ab. Headshot juckt dich nicht, ne? Ich merke es schon. Ja, weiter geht's, danke. Findet die Ursache, findet den Eingang der Weez Ops. Guck, machen wir. Und meine Freunde, ich sehe gerade, die Zeit ist um. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Teil 2 sehen wollt, wisst ihr Bescheid. Kommentieren, liken, Daumen nach oben, Daumen nach unten, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal und... Reingehauen.